Hallo zusammen, ja willkommen zur Valhalla Beschwerung. Wir haben hier ein neues Kostüm und dieses Kostüm ist gut. Sif war ja vorher schon okay, aber jetzt ist sie gut. Sie hat jetzt so ein bisschen Xnalford-Effekt eingebaut. Also jetzt nicht alle, aber sie und die beiden Verbündeten neben ihr bekommen 15% Mana, wenn sie auslöst. Zusätzlich gibt es halt noch die Gegenangriffe und der erlittene Schaden wird nur um 40% statt um 50% reduziert. Vorher war es halt Mana weg. Ja genau und jetzt gibt es Bonus Mana. Zusätzlich 5% Kostümbonus beim Mana und sie ist Klerikerin. Warum ist sie jetzt Klerikerin? Ne egal. Mit einem Barben und einer Magier-Truppe kriegt man sie glaube ich sogar auf 8 Steine. Ja und wenn sie dann 15% Mana an nahe Verbündete gibt, wenn ihr sie offensiv spielt und links und rechts auch mit gelben flankiert, können die, wenn die Kostümbonus haben und ich weiß nicht genau, wie der Prozentsatz aussehen soll, aber es ist möglich in dem Moment langsamer auch auf 9, vielleicht sogar auf 8 Steine mit den Magier-Truppen, aber wir hatten schon so viele Magier-Truppen. Aber man kriegt die auf 9 Steine. Das heißt, wenn sie auslöst mit den 15% Mana, kriegt man die langsam dann auch ausgelöst und das kann relativ witzig sein. Ja, das kann relativ witzig sein. Deswegen ist das Kostüm geil. Auf der anderen Seite habe ich natürlich noch Bock auf sie, weil sie fehlt mir noch. Und ich habe seitdem es hier die Kostüme gibt, noch nicht beschworen. Weil bei Hannah, ich quasi hier Summe, Björn und ja, ich habe halt keins der Kostüme logischerweise, aber eben vor allem die kleinen fehlen mir. Gulenbusti fehlt mir auch, das ist wichtig. Neu ist aber das Summele-Kostüm und das Summele-Kostüm ist relativ witzig und interessant, weil es einfach mal bumm macht. Summele war vorher, trifft Fümmel mit einer gewissen Chance, also nicht 100%. Und für jeden Toten mehr Schaden. Vorher waren das 235% Schaden, langsam. Jetzt sind es 3 Leute, 365% Schaden. Eine Maschtonie ist schon ein kleines Monster. Wäre auch nett. Also Summele, Gulenbusti, dann brauche ich zwei Almohrs. Und wenn die Eifrike kommt, würde ich mich freuen. Wenn die Sif kommt, würde ich mich freuen. Aber zwei Almohrs sind eigentlich die höchste Priorität. Und wenn hier Summele und Gulenbusti vorbeikommen, finde ich auch okay. Jetzt mal ganz kurz überlegen. Ja, es macht keinen Sinn zu warten, weil Hala geht so lange, wie der Monat noch geht. Ich habe gerade kurz an mir gezweifelt, aber nee, ist richtig zu beschwören. Wenn man eine Chance auf Afrika haben will und auf Sif-Kostüm. Weil ansonsten wäre ja mega sinnvoll gewesen, wenn das in den nächsten Monat reingehen würde, zu warten. Aber es geht nicht. Auf die Sekunde genau läuft es ab, wie der Tal hier abläuft. Und dann kommt der Scraise. Okay, dann 30. Oder nee, wir machen erst mal hier was. Erst mal einzelne Münzen. Münzen? So. Was machen die S1 eigentlich hier immer noch in dem Portal? Das nervt. Grün ist schon schön. Aber eigentlich kann ich von fast jeder Farbe hier was mitnehmen, außer blau will ich eigentlich nicht sehen. Da ist er quasi. Schön. Haben wir das erste Kostüm, was wir wollen. Was macht er nochmal? Immun gegen Status Effekt. Boni. Zusätzlich. Okay, nice. Haben wir schon mal eins von den vier kleineren Kostümchen. Ach, ich dachte gerade, Zoom, ne? So, komm schon. Gib uns. Und auch hier gibt es nichts Tolles. Und jetzt drücken wir hier mal auf die 30. Ja, aber diese 30 drückt man nur einmal. Ich möchte gern Almua haben. Wenn schon grün kommt. Blau wollen wir gar nicht. Gelb fehlt jetzt das Gulen Bursti Kostüm. Lila, Alfrike und Björn Kostüm. Gelb fehlt logischerweise auch noch Sif. Und Rot darf Summe sein. Björn, sehr schön. Noch ein Quasier. Komm schon. Gib mir mal den Almua jetzt. Ich brauche den. Noch ein Quasier. Kein Gulen Bursti, kein Summe, kein Almua. Keine Alfrike. Belastend schlecht, würde ich sagen. Hm. Ich glaube, jetzt müsste langsam zu Ende gehen. Gefühlt. Ja, natürlich. Den vorgestellten Held, den ich nicht haben möchte, bekomme ich. Ich habe schon eine. Die liegt auf 3,70 rum. Die wird wahrscheinlich nie gelevelt werden. Danke. Wenigstens eine Sache. Und, ja, noch was für einen Seelentausch. Noch was für einen Seelentausch. Drei Sachen für einen Seelentausch. Okay, gehen wir nochmal durch. Habe ich irgendwas übersehen, weil ich zwischendurch abgelenkt war? Sieht nicht so aus. Ich meine, das waren einige 5 Sterne Helden. Da dürfen wir uns gar nicht beschweren. Aber nicht die, die wir gern gesehen hätten. Kriege ich wenigstens noch einen zweiten Almohr oder Gullin oder Summle-Kostüm? Mit dem letzten jetzt hier. Tü-dü. Nee. Naja, einen Almohr haben wir bekommen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Geheimtrunk oder so. Naja, ein Buch. Buch ist fast noch geiler. Bücher haben wir. Ja, das ist Nummer 2. So. Naja, dann. Ich belange mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis denn. Ciao, ciao.